Die Verteidigungsstellung. Kings- Waaaaaah! Okay. Weil, Verteidigung auf Kings Row, ich glaub ich nehm sogar den Junkie mit. Ey. Boop! Genji on the top. Wer hat das für's Platz? Ich. Mach das Handy aus! GG. Ich brauchst so blickende Dinger bei dir, Digga. Du leuchtest. Hallo. Boah, Mae! Fick dein Anus, Alter! Mann! Geht euch doch alle begraben, ihr los! Ja, Reinhard kann aus meiner Ulti raus. La, 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 la. Auch wenn die Ulti sowas von doof war. Ich hatte Spaß. Weißt du, das ist good. Komm, Reinhard! Nice! Komm her. 3, 2, 1. Bam! 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 Upsi! Das war ich! Loi! Lala! 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 Wie lange bin ich eingefroren? Warum gehst du mit nur Ur-Ret-Zohn? Oh, come on, was ist das? Mekui! Oh, oh, das ist schweini. Du Schwein! Du Schwein! Du! Du Schwein! Jetzt hab ich meine Ulti einfach gerastet. Egal! Hehehe! Woho! Nein! Nicht reinspringen! Warum geht's da runter? Warum geht's da runter, Blizzard? Mann! Mann! Scheiß! Diese Kack-Fuck-Lücke! Mann! Blizzard, please, ey. Wie hab ich denn den Kill gekriegt gerade? Was? Ich hab die ganze Zeit drauf gehittet irgendwie. Einen Hit gleich, oder? Das ist easy. Ich hab schon mal einen 5er Killstreak. Easy going! Man, ist das geil! Champion! Ist mir runtergefallen. Champion main! Ja! Ja! Ich hole einfach den offensiven fucking Blues hier. Ja, weißt du mal, kommt doch rein, wer zugefickt wie sonst was mit Penetrationswürstchen. Alter, jetzt! Ich bin so low! Ey, ist keiner von uns da aus und alle da auch noch. Ich bin so low! Ich muss Tobias spielen in... Angriff! Hast du gehört? Es stinkt hier, hast du gesagt, was? Weil hier haben wir eine totale Overpowered gekommen. Sie hat doch Gerold gemacht? Sie konnte doch Gerold machen? Ich hab sie gerade getötet. Fiegt euch alle, ihr Kackwürstchen, Mann! Da wurde unsere Mega-Megame-Karte getötet. Dein Geschmolzer-Kern bringt hier nix! Wenn du so dumm dastehst, ey. Verstinkt doch, Fraueneiern! Die pushen, die pushen! Aber die dürfen nicht pushen, denn wir müssen pushen! Wie ein Push-Up-Beer muss da sitzen, Alter! Jaaa! Jaaa! Schöne Ding! Die Mail, die einfach hier rumsteht! Die Mail ist scheiße! Schöne Ding! Alter, Reinhard! What the fuck, ey! Was war das denn für die Krass? Was kriegt sie jetzt nicht? Warum geht sie immer rein und zart?! Mann! Ist da irgendwas runtergefahren? Ich weiß nicht was! Es ist so dunkel hier! Jaaa! Musst du ja nicht! Amerika gegen Spanien ist ein geiles Spiel! Ja, ich glaube ich! Ich will da rauf, Alter! Man kann nicht! Ich will da rauf, verdammte Scheiße! Ich will... Ticker! Fuck! Durchschrackt! Komm, du Reinhard! Stirb, du kleines Kackwürstchen! Komm, ja, ich tiebe eigentlich jetzt! Hehehe! Hehehe! Ist mir schön an den Eiern gelutscht, du kleine Kack... Grüß, ey! So, Lucifer! Hallo! Danke! Ja, bitte hier! Du, 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 du... Die Ruhe vor dem Sturm! Zwei, eins... Angreifer nähern sich! Sie kommen! Hallo! Sie kommen! Ja... 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 Boah, jetzt geht er weg, du Kackwurst! Mann! Ich will arbeiten! Mann! Ich will arbeiten! Mann! Ich habe so gute Sachen, ja! Sie! Drei geile Aktionen, wenn nicht sogar vier, die Play of the Match sein könnten! So, gucken wir mal, wer Play of the Match hat! Und... Und ich anders! Es hat... Es hat! Es hat... Es hat... Es geht einfach nicht! Mooooooonnn! Ich renge gleich! Geh doch kaputt, du Kackpies! Rippchen gegen Rippchen. Wer gewinnt? Da Rippchen Main gewinnt natürlich. Also ich bin... Pass auf, du bist gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Wir fehlen 4%! Los! Gib sie mir! Gib's mir, ne? Das raffe ich immer nicht. Loll, ich kann Leute runterschubsen. Okay, dann ist das Hanamura City. Sieht man hier wunderschön. Ich bin in den Smog und ich... Ich flieg natürlich runter! Ich flieg runter! Mann! Ich wollte nur mal schön die Aussicht genießen und flieg runter! Dreh dich mal um! Dreh dich mal um! Dreh dich mal um! Nein, du sollst zu mir gucken! Was? Nein, warte! Friede sei mit dir! Oh, mit euch! Ach, weißt du was? In der Hand da! Keines Fickschnitzel, das heißt mit dir! Mann! Ich will die Dinger umdrehen! Ich will die Dinger umdrehen. Ich komme da so heftiges Bäschen. Hey! Weißt du das noch? Ja! Komm, Schapper! Yeah! Und wir kriegen ins Drehen! Einmal abgeräumt, Feuer auswahl! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Jetzt geht's gleich auch noch mal eine Runde rückwärts! Juhu! Bist du überhaupt noch da? Ja! Warum bin ich alleine und dreh da die ganze Zeit des Ding, Alter! Ja, weil ich hier geladen curated! Wenn ich mich mal auf Toiletten, eigentlich... Das ist ja ja... Lol, ich muss auch aufs Klo! Alter, bei mir drehdreht das Ding immer noch! Andere Richtung... Wie weit steht da Rico von mir weg? Andere Richtung! Was? Ich wurde aus... Aufgrund von Inaktivität aus dem Match entfernt? Warum? Warum bin ich aus dem Match geflogen? Warum? Bitte sag mir warum! Ich wollte nur das Ding drehen!